Willkommen zum Seminar Neuromarketing. Hier erfahren Sie alles zu den Seminarinhalten. Das Neuromarketing als ein relativ neues Teilgebiet des Marketings konzentriert sich darauf, Erkenntnisse aus der Hirnforschung für das Marketing nutzbar zu machen und bereits bestehende klassische Thesen aus der Marktforschung zu überprüfen, etwa darüber, wie Gefühle unsere Wahl beeinflussen. In diesem Seminar erfahren Sie wie Neuromarketing als ein Teilgebiet der Neuroökonomie, die Neuro mit Wirtschaftswissenschaften verknüpft. Wie fällt der Mensch als Konsument oder Investor wirtschaftsrelevante Entscheidungen? Was motiviert ihn in seiner Arbeitsumgebung? Wie empfindet er unterschiedliche Entlohnungsstrukturen? Nutzen Sie unser Expertenwissen für Ihr Weiterkommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 � Buchen Sie Ihr Seminar einfach online unter ifm-business.de oder lassen Sie sich beraten. Wissen bewegt!